Ich habe mir heute mal wieder eine Buddel vom Whisky-Druiden Michael Reich ausgesucht und zwar einen aus der The Old Friends Serie. Ich glaube, davon hatte ich noch nie einen hier auf dem Kanal. Deswegen schauen wir uns das Ding gleich mal an. Ich habe einen Turmau dabei. Mal gucken, wie der gleich so performt. Also, schön dranbleiben. Los geht's! Willkommen bei Frank, die Mr. Z. Ich bin heute wieder unabhängig, abgefüllt unterwegs, bin für euch, weißt du, die Old Friends, und habe einen Turmau dabei. Ein Turmau aus dem First Fill Ruby Port Wine Baric Cask. Und preislich ist das Ding bei Pi mal Daumen 75 Euro, je nachdem, wo man so guckt, aber in der Range performt der und ist in Fassstärke, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert und mit 51, oh, ne, ne, Moment, Moment, ich darf keinen Quatsch erzählen. Hier, das ist immer der Vorteil, das steht da immer drauf, was das ist. Guckt mal bitte. So, hier sieht man das schon. Natural Cut and Cask Strange ist nicht angekreuzt. Also heißt, er ist nicht in Fassstärke abgefüllt, sondern eingestellt. Zwölf Jahre alt, destilliert im September 2011 und gebottelt im Mai 2024. 287 Flaschen, 51,7 Prozent. Und wer wissen will, welche Fassnummer das ist, das ist die Nummer 800103-2011. Da bin ich ja mal gespannt. Also, Tormor, habe auf diesem Kanal schon mal gehabt, ist schon länger her. Das war eine Abfüllung von The Refiners aus einem Cognac Cask. Absolut hervorragender Stoff, war richtig geil. Ist auch eine der wenigen Flaschen in meinem Private Stock. Wo auch nicht, also da gehe ich auch nicht so oft dran, weil der teilt sich ja gut ein, weil der war echt mega lecker. Ja, und deswegen ist da zwar noch was drin, aber irgendwie geht das nicht so ganz leer. Aber gut, ist halt was, wo ich sage, wenn du was Besonderes hast, dann guckst du halt auch immer, dass das halt so ein bisschen auch für besondere Sachen halt hält. Aber irgendwie, einige sind auch egal. Man kann ja auch alles einfach irgendwann aufreißen. So, also Farbe, ich finde, der hat so einen leicht dunkelbraunrötlichen Ton. Und wir halten mal das Näschen rein jetzt. Boah. Krasse Karamellnote, aber richtig krass. Sehr fruchtig, sehr bärig, vor allen Dingen so, es ist so, es ist so ein bisschen rote Grütze mit so einer Karamellsoße drüber. Hat auch ein bisschen was von so einem Traubensaft, in die Richtung geht das auch noch. Ganz leichte, geröstete Mandelnote irgendwie noch dabei so, aber das, was wirklich so im Vordergrund steht, ist wirklich rote Grütze mit Karamellsoße. Wirklich so eine schöne, flüssige Karamellsoße, die du schon irgendwie da drüber gekippt hast oder so. Plus diese ganze Fruchtnote mit dem Traubensaft. Boah, läuft da Wasser im Mund zusammen schon. Aber riecht auch relativ süß, ne? Also jemanden, der jetzt sagt, also aufgeladen süße Whiskys, habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, könnte das hier schon schwierig werden. Ja, aber schön. Alkohol ist auch super eingebunden, ne? Also ist jetzt nicht so, dass der schiebt oder so, du merkst halt so eine leichte Frische in der Nase, aber insgesamt ist halt wirklich dieses rote Grütze, Karamell und irgendwie so geröstete Mandeln oder so was, ne? Plus so eine Süße mit so ein bisschen Traubensaft oder so dabei. Ist aber so ein roter Traubensaft. Roter Traubensaft, ähm, der, der da, der sich so fast schon dominant bald über diese Mandeln drüber hebt. Als wenn du die Mandeln, diese gerösteten Mandeln in diesen Traubensaft vielleicht eingelegt hättest oder irgendwie so was. Ja gut, Kinder, das hilft ja nix, ne? Probier jetzt mal. Also auf euch hier, ne? Sláinte. 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 Boah, ja krass, Marzipan. Sehr intensiv sogar. Also, das schmeckt im Antritt erstmal total nach gerösteten, gemahlenen Mandeln mit irgendwie so einer Fruchtgrütze oder so was da drüber. Also das ist wirklich so eine sehr intensive Mandelnote und ich finde, die baut sich immer mehr auf. Es wird eher, für mich wird es immer mehr dieses, ich habe eine Marzipan-Note mit so einer leichten, herben Schokolade und dazu habe ich halt einfach diese schwarzen, roten Johannisbeeren mit so ein bisschen Himbeere, Brombeere, also wirklich dieses eingekochte, rote Grütze-Ding. Aber ich habe gar keinen Karamell mehr und vor allen Dingen hinten raus zum Abgang wird es einfach sehr fruchtig. Also diese Fruchtnoten, diese Traubennoten, die setzen sich einfach überall fest bei dir und es ist sehr intensiv, finde ich. Auch dieser Holzcharakter, der noch so ein bisschen mit durchkommt. Du hast am Gaumen, merkst du so ein bisschen, okay, es ist so diese Holznote und du hast so ein bisschen eher dieses leicht Herbe von so einer Bitterschokolade, aber insgesamt ist das sehr gut aufeinander abgestimmt, kann man echt nicht meckern. Mal einen Schluck probieren. Das ist auch so. Also auf dem zweiten Schluck, finde ich, kristallisiert sich das noch mehr raus, dass ich vielleicht gar nicht auf eine Portreifung ursprünglich tippen würde, sondern vielleicht eher bei einer Rotweinreifung bin. Weil er hat einfach im Antritt, im Antritt kommt halt sehr viel sowas Mineralisches noch mit durch. Das habe ich ganz oft bei diesen krassen Rotweinreifungen. Dass du einfach wirklich so einen mineralischen Charakter hast, dass es manchmal auch ein bisschen ehrlich ist und das hast du wirklich im ersten Antritt und dann kommen wieder diese Mandeln, geröstete Mandeln, gemahlene Mandeln, vielleicht diese eingekochten Waldfrüchte dazu und das bleibt die ganze Zeit. Und dann hinten raus bleibt einfach für mich diese rote Traubensaftnote, die auch manchmal, vielleicht kennt ihr das, wenn du mal roten Traubensaft trinkst, der hat ja auch ganz oft sowas leicht Metallisches. Das ist so ein bisschen so mit dabei. Es ist dieses, also nicht dieses Metallische, weil er jung wirkt, sondern eher, dass du dieses Metallische hast, weil es einfach von der Traube einfach kommt. Hat ja einen hohen Eisengehalt, vielleicht liegt es daran. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das ist mit dem Alkohol super eingebunden. Du hast hinten raus sowas ganz leicht Ingwerprickelndes, was sich so ein bisschen aufbaut. Aber insgesamt ist das schon ein lecker Ding. Kann man auf den Tisch stellen, geht bestimmt leer an einem Abend. Aber wie gesagt, für mich ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass der, also beim Trinken erinnert der dich nicht an Port. Da hast du eher so im Antritt, wenn du dran riechst und so, dann kommt das eher. Aber für mich ist auch bei Portreifung immer diese Marzipannote einfach sehr typisch. Habe ich nicht immer, aber sehr häufig. Aber passt halt mit dem Arsch auf einmal. Könnte auch so ein Marzipankonfekt sein zum Beispiel, was mit irgendwelchen Beeren oder roten Früchten einfach gefüllt ist. Könnte man auch so sagen. So die Richtung geht dann auf jeden Fall. Dann wisst ihr ungefähr, was ich so ungefähr damit meine. Aber viel falsch machen kannst du damit nicht. Ganz ehrlich, für den Preis und so, also zwölf Jahre, 75 Euro, ist keine Fassstärke. Wir wissen ja nicht, aber ich weiß nicht, wie viel drunter verdünnt wurde oder so. Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall ein lecker Ding. Kriegt auf jeden Fall, ich tendiere sogar schon mit so viel bis fünf Daumen hoch, weil mir gefällt der echt gut. Und ich finde, die 51,7 stehen ihm auch ganz gut. Aber muss man wirklich sagen, du musst halt darauf Bock haben. Das ist wirklich so, der ist schon sehr aufgeladen, der ist sehr Fass getrieben und hat auch eine krasse Süße einfach mit dabei. Auch wenn die sehr komplex ist. Ich finde wirklich, das wechselt sich ja ab. Das ist so ein bisschen so ein Auf und Ab vom ersten Schluck bis dann zum Abgang hin. Aber da kann ja jeder mal für sich selber rausbasteln. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, was ihr so sagt dazu. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like da, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn ich Whisky für euch verkoste. Und wenn ihr Bock auf eine Flaschenteilung habt, das teile ihr, teile ich auch. Kommt hier unten drunter in den Shop. Jeden Tag 17 Uhr gehen die Teilung live. Und deswegen einfach mal reingucken, ob da was für euch bei ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Friendly Mr. Z.